Moin allerseits und willkommen zurück zu Clustertruck und ich habe gerade keine Ahnung, warum da oben so komische Zahlen herumschweben. Ich hoffe mal, das wird hier kein Zeit... LOL! Wie beim ersten Level. Offenbar nicht, hier muss ich Sachen machen. Das war gerade übrigens mein Gribbling Hook. Ich habe mir nämlich den Gribbling Hook mal geholt und ich habe mir hier auch die Zeitverlangsung mal geholt. Das ist hoffentlich nützlich, vorausgesetzt ich bin nicht so doof und tu mal eben diesen Truck, den Heck, küssen. Offenbar wollte ich mir mal eben die Fracht ansehen, sonst wüsste ich nämlich nicht, warum ich gerade da hinten rumgammelte. Aber besteht die Map jetzt wirklich nur aus diesen Timern? Das ist interessant. Wie kriege ich die Timer übrigens beim Editor hin? Ich habe keine Ahnung, geht das überhaupt? Sind da alle Features vom Spiel auch da im Editor? Oder fehlt da ein bisschen was? Nö, nein, ich will nicht da geschlitzelt werden. Ja, super. Hört mal, ist das hier nicht ein Level aus dem Dingenswurm, aus dem Demo, die ich gespielt habe? Ich glaube schon, oder? Oh, doch, ja. Ich glaube aber, da waren irgendwie die Dinger ein bisschen näher beieinander. Und kleiner, glaube ich. Super. Sag mal. Da fliege ich irgendwie einen Millimeter zur Seite. Nein, was? Äh, 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 äh. Was ist das denn hier für eine Kumpel-Schwelle? Schön, dass die ganzen Trucks in dem Moment meinten, alle mal nach eben nach links zu fahren. Ist ja nicht so, als wäre da der Tod. In Form eines Lasers. Äh, sehr, sehr. Hey, ich will nicht. Gerade so noch. T-t-t-t-t. Ich bin durch Ziel, okay? Ich wollte gerade schon sagen, ich bin wieder verreckt. Ich wollte eigentlich nach hinten gucken, um mir das anzusehen. Aber konnte ich nicht mehr. Äh, äh, ah, okay, in der Mitte, Mitte, äh, ja, das sind diese Levels wieder, wo da in dieser Mitte ein Loch ist. Irgendwie kommt es mir gerade so vor, als wären in dieser Welt viele Maps ähnlich, bzw. gleich, wie es zuvor der Fall war. Okay, die ist neu. Die ist neu, die kenne ich noch nicht. Ja, super. Da springe ich auch direkt mal eben rein. Ich wollte hier mal den Laser von nahem betrachten, weißt du, so direkt mit dem Gesicht. Mal gucken, wie es sich anfühlt, wenn man mal eben, keine Ahnung, ein wieviel tausend Grad heißen Laser ins Gesicht gescheuert bekommt. Fühlt sich bestimmt toll an. Deswegen habe ich es ja gemacht, ne? Fühlt sich toll an, fühlt bestimmt. Oh, nur drüber gekommen. Oh, meins. Ach, schon bei 6,4? Okay. Äh, das sieht komplizierter aus. Fängt ja schon mal gut an. Alter. Ja, super. Da habe ich schon die Zeit verlangt, so kommt trotzdem nicht da vorbei. Okay. ich kann nicht ausweichen ich kann alles ausweichen schiebt mich zum ziel ja noch ein stück noch ein stück noch ein stück sollte mich zum ziel schieben bin zwar nicht dadurch gekommen aber egal ich bin und trotzdem haben sie herangekommen ich finde übrigens diese leuchteffekte irgendwie ziemlich geil die es hier jetzt gibt die waren vorher noch nicht da brennt irgendwie so schön richtig vor allem das sieht richtig geil aus oder hier war super dann habe ich auch im inditor gemacht und ich versuche das irgendwie so ein bisschen irgendwie eine zu machen die irgendwie genau so was auch mit drin hat weil ich neige irgendwie immer dazu alles mögliche direkt sofort zu machen heißt also ich mache nicht nur die strecke sondern nein ich tue es auch gleichzeitig schon dekorieren und hast nicht gesehen nicht der laser meins ist irgendwie fehler von mir okay die laser sind jetzt hier sich am bewegen das ist schön warum springe ich dann direkt da wieder fast da rein ich mag es irgendwie in den tod zu springen kann das sein ich bin schon mal im vorletzten level ok ich sehe gerade hier sind wände und wenn ich jetzt so richtig sie sollte ich schnell oh scheiße der war ja in der luft komm rüber, komm rüber, komm rüber boah ok das war mal was anderes ist übrigens der eine typ immer noch hier ja Captain Mc Crispy ist immer noch auf null äh auf ja doch ne what the fuck ist das denn für ne laser show äh ähm hey ich komme mir gerade vor als wäre ich hier in dem Mixer ähm äh ich weiß nicht was ich machen soll ich bleib einfach mal stehen ok das war ein Fehler ich hab keine ahnung was ich da gerade machen soll ich weiß nicht mal wo die strecke ist da vorne ist ne strecke ok hey gib mir her hey 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 okay ich darf die kristalle da offenbar nicht anrühren naja oder Berge Kristallberge der Formation mit Licht das war nicht der richtige Truck aber egal hi hi okay das ist mal ne andere Map die gefällt mir irgendwie komplett mit Chaos böse ich wollte doch nicht auf die Truck Könntest du mir bitte irgendwelche Trucks entgegenwerfen die nicht in meine Richtung fliegen so ungefähr quasi in meine Richtung aber irgendwie an mir komplett vorbei hi warum kommst du denn wieder zurück hast du den Weg nicht gefunden oder wolltest du irgendwie wieder nach Hause fahren hey ich komm noch rüber ich komm noch rüber ich komm noch rüber ich komm noch rüber oh ist schon ne coole Map irgendwie na hab ich nen Platz hab ich nen Platz hä und immer noch bei null Minnow was haben wir denn jetzt für die nächste Map Medieval Mittelalter hm ich guck mir mal wieder mal die erste Map an achso das ist das ja okay ich kenn euch ja noch ne ihr habt schön lange benötigt bis ich da irgendwie an euch vorbeikomme okay das ging ja irgendwie noch ganz gut das ging ja irgendwie noch ganz easy ich hoffe man das ist in den nächsten Level nicht so der Fall wie lang geht das Video eigentlich gerade weil das kommt mir gerade sehr kurz vor irgendwie oh soll ich das noch machen ich mach's einfach ich mach's einfach why not hey nein ich will da ran au sag mal wenn ich irgendwie so einen komischen Fleischhammer da vorm Kopf geknallt bekommen haben möchte dann sage ich das das nächste Mal Bescheid aber nicht einfach machen ohne dass ich irgendwas gesagt habe und da ist auch noch kurz am Ziel interessante Musik habe ich vorher noch nie gehört kann ich eigentlich auf den wieder draufstehen weil man konnte vorher auf den nämlich draufstehen meins hehehehe hehehe muss ich mal ausprobieren kann hier draufstehen der ist fast hingekriegt ja gut geht das geht das Sommer okay ich lass es nicht drauf ankommen macht keinen Sinn hmm meins 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 ok meins aha 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 gut wann kommt die Map wo ich alles in der Luft hier rum fliegt oh okay hier haben wir schon bereit ehhe wir fliegen sie in Salto au Ja, klar, fliegt gerade direkt vor meiner Nase, irgendwas in die Luft. Meins. Hebt jetzt ja nicht ab, ja. Danke. Bestimmt kommt gegen Ende irgendwie alles oder nein, es kommt hier. Meins, meins, meins. Oh, dieser Graveling Hook ist so geil. Oh, ich kann draufstehen. Gut. Irgendwie habe ich das Flammenwerfer? Warum bin ich jetzt runtergefallen? Warum bin ich runtergefallen? Flammenwerfer, okay. Das ist interessant. Aua. Es ist nicht dein Ernst. Nein, 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 nein. Nein, es ist zwar schön hell und es ist auch schön warm und meistens, wenn man brennt, dann riecht es auch komisch nach Speck. Aber das kann ich gar nicht... Sag mal, ich falle nicht gerade wirklich wegen meiner eigenen Blödheit darunter. Nein. Ach, nicht dein Ernst. Okay, da brennt er einfach nur schneller, äh, langsamer. Ja, ja, ja. Nö. Ich habe gerade gedacht, ich bin verrennt. Aber ich bin gerade durchs Feuer geflogen. Äh. Ich sehe nicht, wo es lang geht. Was? What the fuck? What the fuck? Das ist so, was geht denn jetzt hier kaputt? Achso, okay. Oh. Ich glaube, mein Taxi ist gerade abgefahren. Echt jetzt? Ich bin quasi einfach in den Tod gesprungen. Könnt ihr mich mitnehmen? Könnt ihr mich bitte mitnehmen? Ab nach oben. Ich wollte nach oben nicht gegen die Wand gedrückt werden. Okay, hier sollt ihr stehen bleiben, ne? Jupp. Nimm mich mit. Ich hab ein Ticket. Sag mal, wo fahrt ihr denn hin? Äh, äh. Nimm mich mit. Nimm mich mit. Nimm mich mit. Nimm mich. Du sollst mich doch nicht in den Abgrund schieben. Da oben. Äh, was? Nein. Warum ist der denn jetzt auf einmal so lahmarschig gewesen beim Anziehen? What? Statt ich irgendwie für eine Sekunde in der Luft, oder weiß? Du fliegst aber sehr gut. Und das ohne Fahrerkabine? Nein. Und dann ziehe ich mich an den ran. Oh, super. Ich ziehe mich immer an die falschen Wagen. Ja, ich suche mir halt immer die falschen Leute in dem Fall, weißt du? Die fliegen weg, oder? Ne, doch nicht. Oh, hey. Nein, nein. Oh, super. Achso, hier. Genau. Die muss ja hier stehen bleiben. Ablauben. Äh. Hey, das hat ja mal geklappt, ohne irgendwie zu verlangsamen. Super. Ich suche mir ja gerade die tollsten Fahrrocken wieder aus. Wapp, 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 wapp. Sag mal, ich sollte nach oben fliegen. Nicht einfach irgendwie da irgendwelche Saltos schlagen, die ihr sowieso nicht hinbekommt. Oh, okay, das... Shit. Hätte ja klappen können. Hat aber nicht. Ach, du Scheiße. Puh, was war das denn? Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich überhaupt da hingekommen bin. Au. Hey. Ähm. Hallo? Okay. Ich weiß nicht, was da gerade passiert ist, aber okay. Ich hab kein Problem damit. Zieh mich an. Nein. Ja. Durch Ziel. Das ist so, so kommt man auch durch Ziel. Indem man einfach mit irgendwelchen Hämmern durch die Gegend gekickt wird. Cool. Schon wieder Flammenwerfer. Ach, klar. Und jetzt auch noch die Plattform. Zieh mich an. Äh. 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 Hi. Hi. Blöde Hämmer. Bye. Na, ich bleib einfach mal stehen. Äh. Du kannst auch stehen bleiben. Ja. Schön. Ich will nicht ins Feuer. Oder was? Ich will nicht scharf angebraten werden. Okay. Ich will nicht ins Feuer. Den Flammenwerfer habe ich aber nicht gesehen. Äh. Ich weiß nicht, wohin. Nein. Nein, nein, nein. Nein. Ich bin drüber gekommen. Zieh mich an. Ach, da ging auch noch ein Tor zu. Da habe ich gar nicht gesehen. Das ist ja richtig gemein gewesen. Die kommen wieder alle, oder was? Okay. Das ist schön. Nein, nein, ähm. Ich wollte einfach nur langsam in den Tod. Ich hätte zwar keine Gehahnung gehabt, dass ich eigentlich da gerade fragen würde, aber... Ja, warum nicht? Langsam in den Tod ist immer gut. Ist immer so dramatisch. Na, komme ich da hin? Ja. Äh, ich sollte lieber hier parken. Äh, ja. Ihr könnt los, wenn ihr wollt. Also, ne? Ich muss heute noch irgendwo hin. Hä? Achso. Okay. Warte mal, hier war eine Plattform, oder? Okay. Hi, du machst ein Salto. Nimm mich mit. Nimm mich mit. Nimm mich mit. Was? Ich bin jetzt allen Ernstes gerade durchs Ziel gekommen. Und das, obwohl ich eigentlich gerade... Okay. Das ist das Nächste. Das kenne ich überhaupt nicht. Das ist für mich komplett neu. Ich bin doch gerade eindeutig auf dem Boden gewesen, oder nicht? Interessant, dass ich trotzdem die App geschafft habe. Cool. Ja. So kann man es auch machen. Gut. Ich würde mal sagen, dass ich an dieser Stelle hier Ende mache. Und mal schauen, wie dann in der nächsten Folge das denn in dieser Welt sein wird. Keine Ahnung, ob ich dann wieder zwei Welten mache. Keine Ahnung. Wird man ja sehen. Aber bis dahin einfach mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Boi, boi. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.